so dahinten hat noch einer umrechtlich rekrutieren volles platoon könnte es schaffen oder auch nicht wo ist mein rescue netz wo liegen die alter hier hinten sitzen wir jetzt auch ja wie schmeißfliegen im eiertopf da kommst du ja gar nicht drin nirgends wo raus ohne eine sofort zu verpressen kriegen also nö 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 ich komme gleich wieder zurück leute das ist ja nichts wert also der kampf hier ist verloren dass dieser kampf hier echt verloren ist kann vielleicht noch ein paar truppen mit dem rekrutieren ja guck mal wir sehen schon ein paar leute schon ein paar leute sind hier noch einladen ja komm naja jetzt müssen wir hier raus und bei meinem arsch ich komme nicht mal einen schritt raus alter das war doch behindert ja ich habe ja wenigstens noch ein paar leute zusammen rekrutiert um hier mal ein bisschen was soll man hier machen ich weiß es nicht so ein guter truppe da bin ich jetzt auch wieder nicht um das zu entscheiden zwei warts marsch wir kommen hier nicht vorwärts kommen nicht vorwärts das einzige was ich probieren kann ist das band hier oben hin zu platzieren dass wenigstens mit das banding reinkommen ach da ist das weit das ist da oben das banding setzen dass man wenigstens das ding infiltrieren können aber selbst das weiß ich ob das funktioniert oder nicht funktioniert ich muss ja mein team bei laune halten bevor sie mich hier verlassen mir fehler knapp nicht mal mehr 100 kids mit blitz auf auktion zu bekommen blut schon ich muss meinen namen geben so schöner platzgewehr direkt neben ihm geschützt sind das auto geschütze und krieg ich echten vogel da kriegst du mal krieg ich doch jetzt hin und von na gut das war jetzt echt wie die anderen das war jetzt echt im pizza mensch da hinten noch ein augenpäckig rekrutieren ich will nicht meinen trupp haben abgelenkt moment jetzt machen wir hier trupp nennen wir uns eigentlich holen ja gut ich könnte sie nicht werden was müsste sind kriegen boah und ich pennen wieder hier das kann ich ja nicht mehr entscheiden ne ne minute wartezeit dann komme ich als leichte wieder zurück wir müssen darauf egal wie ja 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 ich weiß nicht bringt das vielleicht das mit c4 dann das macht dann schon damage das anscheinend damage macht ja hier wirklich was reißen das ist echt essig naja du brauchst viel zu viel c4 dafür das sind viel zu viel c4 brauchst also habe ich jetzt was getötet nein aber der tötet mich natürlich verdammte scheiße jetzt kommt endlich da hoch doch das bringt doch gar nichts wie das zeug sprenge ja auch sind die da drin sind die hier oben drauf was ist das vielleicht das sprengen aber ich habe keine ahnung wie man diese viecher zerstört also ehrlich gesagt ich habe keinen blassen dunst dass ich keinen blassen dunst habe kill the neck kill the modules ja was mache ich denn hier ich spiele kein halber weißt du dass man ich spiele halber ich weiß da muss auch ein mensch drin sitzen glaube ich oder in den millionen sitzen spieler drin das zerstört mir wieder alles natürlich das ding ist echt schwer zu halten anzugreifen ich habe meinen das ist kacke das ist kacke das ist allgemein kacke das ist allgemein kacke endlich Bis zum nächsten Mal.